Erstmals hat die Rot GmbH, die vor zehn Jahren das Leben vieler Menschen revolutionierte, ihre Türen für fremde Augen geöffnet und uns erstaunliche Einsichten gewählt. Denn hier wird es entwickelt und gefertigt, das System Mobeli. Dieses leistungsstarke Haltegriffsystem ist für viele nicht mehr aus ihrem Alltag wegzudenken. Mit dieser innovativen Sicherheitsanzeige ist es erstmals gelungen, den Vakuumzustand eines Haltegriffs zuverlässig anzuzeigen. Dabei ist der Vakuumzustand für die Sicherheit entscheidend, denn Mobeli Haltegriffe sind Vakuumsauger. Das hat viele Vorteile. Die Griffe und Systeme sind einfach, schnell und werkzeuglos befestigt, maximal flexibel beim Einsatz und ein treuer Begleiter auf Reisen. Einzige Voraussetzung, sie brauchen eine plane, porendichte Fläche zum Ansaugen der Saugteller. Das Grundprinzip der Befestigung ist bei allen Griffen immer gleich. Untergrund säubern, positionieren, Hebel umlegen, fertig. Ist die Warnwippe im Hebel versenkt, stimmt die Haftkraft und der Griff ist voll belastbar. Fährt die Warnwippe aus und der rote Wippenrand wird sichtbar, muss der Mobeli-Sauger gelöst und erneut angesaugt werden. Der Haltegriff hält. Sicher. Um ein Höchstmaß an Flexibilität zu garantieren, können Mobeli Haltegriffe zusätzlich mit einem Winkelgelenk- oder Kardan-Gelenkadapter kombiniert werden. Den Winkelgelenkadapter einfach zwischen Saugteller und Teleskopgriff einklipsen. Fertig. Für noch mehr Flexibilität gibt es den Kardan-Gelenkadapter. So kann der Mobeli-Haltegriff fast überall fixiert werden. Vorausgesetzt, die Fläche, wo der Mobeli-Haltegriff angebracht werden soll, ist plan- und porendicht. Aber was ist, wenn zum Beispiel das Fliesenmaß nicht passt? Die Entwickler von Mobeli präsentieren auch hier eine Lösung. Selbstklebende Edelstahlplatten – als Zubehör erhältlich. Es gibt diesen Haltegriff aber auch in einer Hochlastvariante – Quattro Plus. Mit vier Saugtellern hat er eine Nennlast von bis zu 125 Kilogramm. Das wollten wir nun doch genauer wissen. Und Tom auch. Der Quattro Plus hat sich sein Plus wirklich verdient. Auf diese Neuentwicklung waren wir besonders gespannt. Das Mobeli-Stützsystem Quattro Power. Genial. Durch die Abstützung nach unten wird die auf die Wand wirkende Hebelkraft deutlich reduziert. Das heißt, dieses Quattro Power-Stützsystem ist sogar an gefließten Hohlraumwänden einsetzbar. Sein naher Verwandter, der Quattro Power-Wannengriff, erleichtert den Wannenein- und Ausstieg erheblich. So macht Baden wieder Spaß und der Ausstieg wird nicht zur Tortur. Für uns ein echter Volltreffer. Maximale Flexibilität bei höchstem Komfort. Die Sicherheit immer im Blick. Offensichtlich kompromisslos. Wir beginnen gerade erst zu begreifen, welche ungeahnten und flexiblen Möglichkeiten dieses System Mobeli bieten kann. Leider konnten wir heute nicht alles sehen, aber hier noch ein kleiner Einblick in weitere nützliche Hilfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020